Trennung. Danke dir, die ist echt total schön. Mach's auf. Jodie, alles okay? Ja, ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja, und somit herzlich willkommen zurück. Bei Beyond Two Souls. Wir scheinen nun wieder im Labor zu sein. Und das Kind vorhin war wohl die Tochter. Äh, von... Scheiße, wie hieß er nochmal? Henk? Wahrscheinlich nicht. Okay. Spannend. Wow. Uns ist wohl etwas langweilig. Ah, Nathan. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen. Du weißt, wie er ist. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin. Er kommt gleich wieder. Ja, hoffentlich. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Was für eine spannende Konversation. Ich habe so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich habe auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Ständig dieser Cafeteria-Fraß. Kennt man. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note. Aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Okay. Hä? Halt doch die Tür offen. Oh Mann. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jodie? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency... Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jodie. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Nathan... Nein, das kannst du doch nicht zulassen. Du musst mit ihnen reden. Auf dich werden sie hören. Meine Meinung interessiert die überhaupt nicht. Deine Eltern haben ihre Einwilligung gegeben. Ich kann gar nichts tun. Wenn nicht vielleicht ein Spielzeug? Irgend so was wie ein Testobjekt. Hast du vielleicht schon... Schon mal überlegt, was ich will? Jodie, ich weiß... Es ist schwierig, aber... Du musst das verstehen. Das ist eine... Großartige Gelegenheit für dich. Oh, und das war's, ja? Du machst die Pläne und ich... Ich mach hier einen auf schön brav und ordne mich unter? Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich hab keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn. Okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen. Aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Alter... Geh und fick dich doch. Das war's, wir gehen. Sofort. Jodie. Das hättest du nicht tun sollen. Jodie, stopp und zwar sofort. Jodie. Bitte. Tu es für mich. Ich hol' schnell mein Zeug. Ich hol' schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles Anderes in Camp Perry. Oh, Mann, die Arme. Schon mies, wie sie so rumgeschubst wird und tun soll, was alle anderen sagen. Uns niemand interessiert, was sie überhaupt will. Und weil das eigentlich das wichtigste Bild ist. Das Bild kann man nicht mitnehmen. Nein. Sie tut mir echt leid. Aber was kann ich jetzt hier machen? Okay. Lass mich allein! Lass mich allein! Und wieder mal... Können wir mit eigen anstellen, was wir wollen. Schliesslich... Wird ja auch eigen herumkommandiert. Sie hat echt ein schweres Leben. Sie hat echt ein schweres Leben. Los, wenn ihr die No. No. No 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 no. SchijeBox. Ich wollte das eigentlich mitnehmen. No. Kann man irgendwie verstehen. Mich wird das auch nicht gerade glücklich machen. Warte. Und jetzt frage ich mich, ob man das Bild doch noch mitnehmen könnte. Sorry. Muss doch noch mal nach hinten. Okay, ist zu spät. Gut, dann haben wir wohl alles, was wir benötigen. Keine Sorge. Ja, du machst das sicher gut. Mann. Du wirst mir ja so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komm dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Hoffentlich. Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Ich werde immer für dich. So. Trennung Sie und so viel Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. Dawkins über das Geschehen berichtet. 81 Prozent. Clayton bedroht. 83 Prozent. Clayton und Dawkins ausspioniert. 62 Prozent. Habe ich zwar nicht genau, aber wertet das Spiel wohl anders. Okay. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Beyond Two Souls. Tschüss. Tschüss. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tears shed eyes. Your fragile mind. Cause I'll be dancing on my own tonight. I know December is hard to call with. I know I cost you lots of pain. But I did not mean to let you down this way. But I know deep inside. I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watched the sun go away. But now you're gone. But now you're gone.